Neuer Shop in ganz genau 15 Sekunden, davon eine wichtige Info, heute feiert Fortnite den 5. Geburtstag, ein halbes Jahrzehnt, heute gibt es Gratis-Items für alle, und zwar ganz genau die hier, falls ihr es verpasst haben solltet, das sind die ganzen Gratis-Items, heute ab 15 Uhr, für alle kostenlos freischaltbar ist, ist sehr sehr nice, was aber auch nice ist, euer Like-Button und euer Abo-Button, vergesst das Ganze nicht zu drücken, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt, danke für euren Support. So, wir haben Safe, ich glaube, ich bin mir dieses Mal sicher, dass wir was Seltenes haben, noch eine kurze knackige Werbeunterbrechung, bevor wir mit dem Shoppe-Video weitermachen, vergesst nicht mein Gewinnspiel, falls ihr euch noch nicht eingetragen habt, dann macht das Ganze, Link dazu in der Beschreibung, draufdrücken, Instant Gaming Account erstellen, falls ihr noch keinen habt, auf den Link drücken, einmal hier, PSN-Karte reinschreiben, irgendwie das neue Modern Warfare oder sonstiges, drückt da drauf, drückt auf Teilnehmen, viel Glück, und checkt das Ganze gerne an. Und wir haben so oder so was Neues am Start, oh Neue, okay, 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 heute ist der Shop heftig, neues Skin-Bundle, neues Paket mit alten Items, was Seltenes, glaube ich, und der fünfte Geburtstag von Fortnite, gratis für alle, sehr sehr nice. Äh, CypherPK hat hier seinen eigenen Skin bekommen, mein Backpack passt halt gar nicht zum Skin, das schmeißen wir mal kurz raus, ist zwar ein cooles Backpack, aber brauchen wir gerade nicht. So, Skin, ja, ist halt eher, ne, ist ein Standard-Skin, Standard, nichts krasses, dann wird es schon ein bisschen krasser, ist aber auch noch nicht so krass, es ist auch animiert hier, wie wir, ne, reaktiv sogar. Oha, 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 okay, 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 letzter Stil ist so oder so der krasseste. Ach, warte mal, kann es sein, dass das die reaktiven Stufen sind? Das sind, glaube ich, die reaktiven Stufen. Ich glaube, ich würde den so spielen. Der ist heftig. Der Skin, der, der ist gar nicht so bad. Was haben wir ansonsten hier? Backpack würde ich nicht spielen, ist aber eine coole Maske, ist auch reaktiv, könnte ich hier auswählen, ist nice, animiert. Spitzhacke, geht so. Emote, Emote finde ich cool, Fortbewegung, finde ich cool, finde ich cool, finde ich cool. Sehr nice, 2000 V-Bucks für vier und ein paar mehr Items, wegen den Stilen, finde ich in Ordnung, 1,8, 800, 300 fürs Emote. Das Emote hat was. Erstmal ausrüsten, gekauft, falls ihr euch übrigens was kaufen solltet, dann benutzt immer gerne, gerne meinen Crater-Code. Einfach fair aus Y-Themen Shop eingeben, kurz geht auf jeden Fall raus an alle, die den immer eintragen und benutzen. Neues Bundle wird übrigens auch gekauft, weil ich hier den Gleiter für 300 V-Bucks bekomme, ist eigentlich relativ nice, cool, gutes Angebot. Also schreibt mir gerne eure Preise in die Kommentare, wie viel ihr zahlen müsst. Einmal der Skin ist dabei, Benny Boy, ultra nice, Gleiter, sehr cool und Spitzhacke, finde ich nicht so besonders. Sound, unspektakulär, zwei Stile, sind aber ganz coole Dinge. Ich habe es mir gekauft, weil es halt günstiger ist, 800 einzeln, 800, 500, 500, nichts mehr. Sehr coole Sachen heute. Äh, Axo-Skin, ja, hm, fühle ich nicht. Ich würde ihn mehr fühlen, wenn es Hinterteil abmachbar wäre. Äh, ah, dann fühle ich ihn. Dann nehme ich alles zurück. Ich wusste nicht mehr, dass man es abmachen kann. Dann fühle ich den Axo-Skin auf jeden Fall. Ein Backpack hat auch ein paar Stile. Backpack fühle ich aber überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Die ist cool. Die ist sehr nice. Die ist echt nice. Kein schlechter Skin. Spitzhacke, finde ich auch cool. Sound ist auch nicht bad. Und 500 V-Bucks, zwei Stile, perfekt. Die finde ich aber deutlich besser. Aber vom Sound schlechter. Die ist auch wieder am Start. Suri ist ein cooler Skin. 1, 2 mit Backpack, Ladebildschirm. Kann man machen, oder? Kann man definitiv machen. Spitzhacke. Kann man einpacken. Cooler Sound, cooles Design. Mein letzter Bereich für heute. Diesen Skin. Boah, ich will den schon. Boah, ich überlege mir gerade ihn zu kaufen. Ich glaube, so viel habe ich noch nie im Shop-Video gekauft. Ich schaue mal eben nach für euch, ob heute was Seltenes am Start ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass heute was Seltenes drin sein muss. Es muss. Ja. Ja. Es ist was Seltenes drin. Aber auch jetzt nicht ultra selten, wo ich jetzt sagen würde. Oha, ist das krass selten. So, wo ist das nochmal jetzt hier gewesen? Und zwar einmal hier. Den Skin, den wir uns gerade anschauen, 208 Tage. Den Gleiter von dem Benny Boy Paket, wo ich 300 V-Works jetzt halt habe, 423 Tage. Musikpaket vom täglichen Bereich, 179 Tage. Ja. Ich dachte, es wäre ein bisschen was Selteneres dabei. Ich gönne mir den Skin. Den wollte ich schon immer mal haben. Den wollte ich echt schon immer mal haben. Ich glaube, so viel V-Works habe ich noch nie im Shop-Video ausgegeben. Aber trotzdem cooler Skin. Der hier, naja, brauche ich nicht. Fußwahnsinn. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Und falls ihr bis hierher geguckt habt, wartet, noch nicht. Gelobt seid ihr mit Tomate auch sehr, sehr nice. Dann schreibt ganz genau jetzt eine 5 in die Kommentare. Denn wir sind bei Minute 5 angekommen. Das ist das Seltene, auch Item, 179 Tage. Sehr nice, der Maut. Äh, Musik. Kann man kaum hören, oder? Ist aber das Maut als Musik. Sehr, sehr schmackhaft. Kann ich nur empfehlen. Erderschütterer. Ja, für 200 geht es fit. Heute kommen, wie gesagt, noch die ganzen Aufgaben-Videos für euch online. Was ihr ganz genau tun müsst. Für die ganzen Gratis-Items. Ansonsten gerne, gerne mein CCM-400-Shop eintragen. Kuss geht raus. Und das war es dann auch hier schon mit dem kurzen, knackigen Shop-Video. Und das war es dann auch hier schon mit dem kurzen,